hallo liebe monagoristen moin moin jetzt an dieser stelle stellen wir euch von blied die hoodies mit zip vor oder auch cardigans mit reißverschluss oder anziehsache eine anziehsache mit reißverschluss fangen wir mal mit dem an was ich trage das nennt sich dafi jacket und es ist ein bisschen auch an duffelkot mit den knöpfen so an duffelkot ich stehe mal kurz auf zeig doch mal ich stehe mal kurz auf also kann man hier so den reißverschluss schließen und dann sind hier noch so kleine bömmelchen dran und wie fühlt es sich an trägt sich nach wie vor sehr schön weil es ist ganz tolles weiches und sehr angenehmes material aber wir haben ja noch viel mehr viel mehr wir haben hier noch aus wunderbarer bio baumwolle natürlich wie immer bio baumwolle ja unser zip hoodie und zwar einmal gestreift in verschiedenen grüntönen mintig ja ein bisschen mintig ja kann man gut sagen wir haben hier auch wieder bio cork bömmel möchte ich dazu mal sagen kann man sehr schön hier haben wir eine graue kapuze innenfutter genau das ganze mit guck mal wie es drin aussieht da haben wir das ganze schön weich hier können sie mal sehen da kann man schon ganz sehen wie sehr weich sehr flausch sehr schön sehr schön wunderbar also einmal mintig jetzt dann haben wir das ganze noch einmal in melange blau ja melange blau sehr schön auch wieder bio baumwolle auch wieder die cork bömmel eben wunderbar was ist das senf ja ich würde sagen curry curry senf gefällt mir besser auch die mütze hätte ich beinahe gesagt in kapuze im curry curry ja sieht aber gut aus mit dem grau oder gefällt mir gut so und und nummer drei das ganze in klassischem grau in klassischem grau also für den dezenten herren wie er hier auch so vor ihnen sitzt hier haben wir jetzt mal keine cork bömmel als kleinen kecken aufmutter fashion nebelischen aufmutter ach guck mal hier da kennt sich einer aus meine damen und herren hier haben wir klassisch grau mit dunkelrot ja keine cork bömmel ne diesmal keine cork bömmel ohne cork bömmel einmal ohne und auch hier wieder innenfutter im passenden rot wunderbar und auch wieder natürlich nach wie vor aus dem bio baumwolle selbstverständlich selbstverständlich was anderes kommt uns hier nicht auf den tisch kommt uns gar nicht in der tüte so das waren die hoodies mit zip zum thema nachhaltigkeit bei der firma biet kommt jetzt wieder unser nachhaltigkeitsinspektor ins spiel linus und der hat die fakten dazu alles klar danke